Ah, hallo ihr lieben seid jetzt zu kommen mit seinem weiten Teil GTA Online, heute mit Airbone Water zusammen mit Mabossa Deko und Dena, hallihallo! Hallo liebe Jungs! Bo 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 bo! Wir kommen mit seinem neuen Video von GTA Online. Was ist das denn hier, Airbone in Klammern Water? Entweder man fliegt oder man ist im Wasser, aber es geht nicht beides. Du bist luftgeboden durch die Kanalisation ins Wasser. Okay, bett dich 100.000. Ah ne, nicht geschafft. Ich hab auf mich gewettet, denn ich werde... Ui, und ich merke die Konfi ist wieder für den Arsch, wir müssen gleich in der nächsten Folge... Nächste Konfi? Nächste Konfi. Nächste Konfi, dann jetzt schnell, komm komm komm! Schnell, 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 schnell! Oh Leute, ich geh einfach nicht ran, ich geh einfach nicht ran und mach einfach Turbostart. Oh, ich geh einfach nicht ran und mach Turbostart! Ah, nein, alle! Genau, er ist da! Okay, schnell weiter! Mit einer Hand, oh fuck, ich kann nicht mit einer Hand! Ah, ich muss nicht in den Punkt rein! Ah! Ah, schneller! Nein, das geht nicht! Genau! Ah! Mann! Da bist du ja, Mann! Du kleiner Vorfahrer, Alter! Kriegst du erst mal ne Haft? Ey, die hatte schon ne Haftbombe, nicht nur einer! So, alle sind jetzt da, oder? Alle fahrt jetzt hier? Hey! Ich mach doch noch was rum! Alle noch mal hinstellen! Hä? Alle noch mal hinstellen? Alle noch mal hinstellen? Oh, ne Haftbombe! Okay, alles klar! Okay, alles! Alter, ey! Ey, Jungs! Marvin zieht ne Haftbombe! Ey, Jungs! Ich bin ja noch gar nicht da! Können die nicht... Wenn du eine ziehst, zieh ich auch einen! Loll! Ey! Ey, was macht ihr denn da? Los geht's! Nein, noch nicht! Marvin war der Störfaktor! Der musste weg! Hä? Mann, was ist denn da los? Hahaha! Der eigentlich wieder hier einigermaßen fair fährt, Alter! Was? Sie haben Kevin nicht getroffen! Yes! Und jetzt kommt's! Jetzt kommt's! Alter! Ah! Ey! Nein! Oh, Mann! Oh, was ist denn da? Es kommt jetzt! Oh, dieser Lappe! Was? Wie soll man das denn schaffen? Hä? Hast du geschießen? Locker nicht genug Speed! Locker! Hä? Nein! Hä, wie neigt man sich denn nochmal? Wie neigt man sich nochmal? Ich glaub, du musst dich doch nach vorne beugen, ne? Okay, nicht schießen, Cap, bitte! Ja! Was, Deku? Wer hat das gemacht? Marvin hat mich in der Luft gerammt und mich rüber gestoßen! Danke! Oh, shit! Danke! Oh, je! Jetzt gewinnt dieser Junge hier, oder was? Wie soll denn das gehen? DENER HATS! DENER HATS! DENER HATS! Deswegen hab ich gesagt, nicht schießen! Alle haben Windschatten! Ich hab's auch nicht geschafft! Leute, Marvin, wir müssen, glaub ich, Anschwung holen, ich hab jetzt Anschwung geholt. Äh, wir müssen... Hammer, Alter, das ist zu krass! Oh, tschuuu! Deku, du hast aber ein Glück! Aber wie kommt man denn weiter, wenn man ein Auto hat? Nach vorne legen? Muss ich nach vorne lehnen! Ah, mit Anschwung nach vorne legen hat's geklappt! Nice, bin durch! Okay, DENER HATS! Ich hab'n durch! DENER HATS! DENER HATS! Wolltest du euch den DENER vorhin, nicht? Boah! Und jetzt, come on! Oh, nein! Hey, ich hab'n mich ultra weit nach vorne gelehnt! Kommt wieder so'n Sprung, oder was? Boah! Ich hab'n so weit! Boah! Da hinten sind sie vielleicht... Ich war voll schnell und hab'n mich voll weit nach vorne gelehnt! Lütte Raketen! Nein! DENER HATS! Ey, Leute, vor dem Wegpunkt! Hier hat mich! DENER HATS! DENER HATS! DENER HATS! DENER HATS! Und? Die Frage ist, wieso? Irgendwas stimmt mit Skype nicht bei mir! Ich hoffe, es liegt nur an mir! Ey, hoffe ich, es liegt nur an mir! Hey, hoffe ich, es liegt nur an mir! Also, mir hört's so an! Alles hoh! Huah! Ach, das hat noch niemand geschafft, den Scheißpunkt! Oh, und da macht er ihn First Try mit der richtigen K entirely! Ah, DENER HATS! Jawohl! First Try, kein Problem! Geht nicht aus dem Weg, ihr dreckigen Menschen! BAM! Mit der Rakete, ins Gesicht, Alter! Jawoll Ey was machst du da Deko? Bitte was? Nice Und geht jetzt wieder weiter Es ist Alter Ich wollte dir noch ein bisschen Angst machen Ich hab den gefickt Ja komm schon Weit nach vorne Die Musik geht an und dann muss das auch irgendwie funktionieren hier Es ist einfach sexy Ich lass mich jetzt nix mehr aufhalten Nein ey bist du ein Bastard Alter ich bin doch voll schnell Ach wahrscheinlich weil wir so nen Kack Entity haben Der auch noch voll Kacke Nein ich hab das doch alles First Try Ihr könnt einfach nur nicht spielen Ah klar als ob First Try Ok ich hab's aber auch Hä ich hab das First Try gemacht Ich hab die richtige Käppi auf dem Kopf Jonge Jonge Ey ganz ehrlich das will ich doch nicht Man braucht aber echt ultra viel Speed immer Und nach vorne Schönen Gas geben Seht ihr das wie das beschleunigt? Er hat das richtiger Raketenrucksack hier im Auto Das Ding ist was ich stopp Ok komm ich komm Serious Ja Dinko Serious Serious Mirious Aber ich bin echt nicht sicher ob das so viel bringt Wenn man sich nach vorne lehnt Ich hab irgendwie das Gefühl Hat den das schon geschafft? Du musst dich schon krass nach vorne lehnen Ja ich hab mich ja so 90 Grad halt komplett Ich sag mal so bei mir funktioniert es jedes Mal also Ja ich hab erst mal auf Ich geh mehr mit der Geschwindigkeit als mit dem nach vorne lehnen zusammen Ey diese dreckigen Menschen Die stehen hier einfach Scheiße Mucke Ja los Halte den Try oder Kev auf Ich hab die organisiert Alles gegen Tryhard Das ist ein Anti-Tryharder-Demonstration sind das Kev Da muss man sich auch vielleicht mal ein bisschen bei So muss man dann gucken Wenn die Leute sagen Bitte Tryhard Ich muss dann auch mal kurz Ich hab denen so eine Rakete ins Gesicht gehauen Alter Die war so Ziel Easy Easy Oh Fuck Er ist auch scheiße Ah Dena verkackt Wie weite das schon Fuck Dena ist jetzt am Ziel Ja gut noch nicht Los ihr müsst euch auch mal boxen Ich hab beziehungsweise das nicht geschafft Leute Das ist nicht besonders viel ansprung hier Achso Dena ist auch noch nicht geschafft Ja Ich hab's schon geschafft, hab's schon geschafft, alles kein Ding mitgegen. So viel Anschwung, ey, den hat richtig überzogen. Komm schon, Lena, gib voll mal hoch! Das Gefährliche sind jetzt nur, ob irgendwelche Leute da sind. Du musst die Raketen zünden! Nee, nee. Schieß! Man braucht ja gar keinen Anschwung, genau. Einmal nehme ich Anschwung, wenn man nichts braucht. Wie ist das, was ist das denn, Alter? Ich hätte ja gar keinen Anschwung gebraucht. Was für ein Scheiß, Alter. Den erfährt ins Ziel. Ja, wieso soll ich denn nicht ins Ziel fahren? Das war so'n Sprungpunkt. It's crazy, Leute, das. Wir können's noch schaffen, wir können's noch schaffen. Jeko! Jeko, gib Vollgas! Na, Bossa, ich kann's auch noch schaffen! Ah! Jeko, nach vorne lehnt! Ohhhh! Nein, wo war ich denn? Hä, hier liegt schwarz, hier liegt schwarz! Oh, er ist daneben! Er fliegt raus! Nice! Oh, nach vorne ist es! Leute, wie gesagt, dieses Skype-Crop-Screen war in der nächsten Runde in den Griff. Man hat die anderen praktisch gar nicht gehört, aber bis in einer Sekunde geht es weiter mit der nächsten verrückten Custom-Map. Also, bis gleich! Bis gleich! Butz, ihr Lieben! Da sind wir wieder mit der zweiten Map am Start. Es ist eine Upwards-Spirale. Richtig geil, ich freu' mich schon. Episch! Ganze vier Runden sogar! Boah! Richtig episch! Oh! Slow-Mo-Fat! Das mit dem Osiris! Slow-Mo-Fat! Richtig gut! Mit dem Osiris! Ich weiß nicht, Abwärts-Spirale. Das ist immer so First-Person-Ding bei mir. Ja! Oh! Ist das nicht eigentlich verboten, mein Lieber? Ja! Aber als Sonderregel für den Noob, weißt? Oder es ist ein dezente kleiner War-Ride davor. Dezente kleine Äußerung. Stimmt! Cheaten Sie bitte nicht, Senor! Das ist kein Cheaten! Oh! Andere Wache auch immer First-Person! Nur bei uns ist das verboten! Warum? Ja, das heißt, weil wir clever sind! Ha! Das ist doch nicht clever! Weil wir sehr clever sind! Nein, clever ist, wenn man das ausnutzt, dass man halt auch verschiedene Sichten hat und so. Ah! Da hast du aber noch eine gekriegt, Alter! Ja, und du aber auch! Ich weiß! Ich wusste, dass du kommst! Also Bideko! Bideko einfach mal! Nein, bitte nicht! Wir sind zusammen! Wir halten uns zusammen! Okay, okay, okay! Ah! Ich wollte nur Angst machen! Nein! Nice, Mann! Nein! Ich hole noch mehr Winchappen! Ja, ich hole mehr Winchappen! Nice! Ich kann ja mithalten, Thorsten Winchappen! Okay, jetzt überhole ich jetzt! Holst du die Winchappen! Ja, ja! Oh, fuck! Oh, sorry, sorry, sorry! Ich schieße! Wow! Okay, komm mit! Die Winchappen! Komm mit den Winchappen! Komm mit den Winchappen! Komm mit den Winchappen! Nein, ich schieße nicht! Keine Sorge! Komm mit! Ah, ich muss erst mal rankommen! Mit der geile Tour zu zweit! Ich bin schon wieder! Ich bin schon wieder! Oh, fuck! Oh! Alter! Lass mich in Ruhe! Bies! Rosier es nicht! Oh, fuck! Was? Jetzt aber, komm schon! Danny muss! Ah, wo gehst du denn hier lang? Alter! Ich war runter! Was? Ah! Jetzt war es geschafft! Warte, fuck, Alter! Das Ding rastet völlig aus! What? Was machst du denn? Was war hier los, Mann? Wo? Ich bin drauf! Ich bin drauf! Alter, diese Scheiße! Warte! Was ist das für ein Ding, bitte? Alter! Fuckin! Das ist der First Try! Jawoll! Der ist echt krank gewesen! Bam! Alter! Da ist er durch! Runde zwei von vier! Klar, wir hatten vier Runden gemacht! Ich hab's doch vorher gesagt manchmal! Er hat sich's gesagt! Nice! Juhu! Ich hab's! Ja! Jeder hat es schon! Nein, ich nicht! Oh Gott! Auf vier Runden! Nein! Komm schon! Gib Vollgas! Kann ich auch mal auf das Scheiß da hin? Hatte ich auch Probleme! Ich bin dann einfach hinten gekommen, weil... So easy! Ja? Mach's doch aus! Alter! Du mieser deiner Streuk! Mieser Streuk! Wieso bin ich denn hier so fies? Wo fallen euch ab? Shit! Er will schießen! Lass mich! Ich hab gar nichts mehr gehabt, du Opfer! Nein! Nein! Wir haben uns beide abgeschossen! Alter! Und der stelle Käffi-Dummköpfe! Shit! 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 Hey, wo bist du? Ich seh' ich nicht, Alter! Daddy kommt! Dann seid ihr ja! Nein, da hat einen überholt! Top! Finde ich aber auch rum! Geil, Mann! Geil, geil, geil! Shit! Hier ist ein Baum! Fuck! Nein! 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 Ich hab's nicht geschafft! Komm, Daddy! Ach, warte! Warte mal wieder auf! Oh, nein! Nee, deiner hat es! Shit! Nein, ich hab's nicht! Ich bin hinter dir! Oh, Mann! Das ist aber auch echt! Ja! Ich bedrehe mich immer! Ey! Wie gesagt, ey, deiner drückt mich wieder in den Baum rein! Alter! Verdient, Kerl verdient! Nein! Ich verstehe dich, deiner! Fuck! Nein! Nein! Der hat mich doch vorbeigezogen, der ist wie eine Fliege, Alter! Der ist doch zum Dreck! Der ist doch zum Dreck! Der ist doch zum Kephatz! Alter, dieses verfickte Kack! Fickfotzen- Kack! Ciao, Alter! Ja, find ich auch nämlich! Edges Auffahrtsteil! Er rastelt richtig aus, Alter! Auffahrtsteil ist aber echt! Echt! Richtig! 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 Scheiße! Mann, Alter! Jetzt bin ich letztend! Immer noch an der Scheiße! Und ich war erster! Ist das so gut? Natürlich so eine Phrase, ey! Marvin, ist das gut? Natürlich! Ist das Auto irgendwie scheiße dafür, das verliert? Egal, was man macht, verliert es immer einen scheiß Grip! Ja! Ja! Du musst einfach drauf scheißen und weiter durchfahren! Dann, wenn das Ding losgeht, er drauf rein! Ja, ich weiß! Oh, Maaan! Die Wand deiner Seite ist nicht zum Dranfahren! Alter, aber Walter! Ich hab einen guten Vorsprung gerade! Ja! Oh, Maaan! Ich bin am Rasch! Richtiger Dreck! Dreck! Dreck ist das, ey! Richtiger Dreck! 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 Ist das schon wieder sauber? Es ist DICKO! Ist das der dreckige Dreck, der fast schon wieder sauber ist? Dreckiger Dreck ist niemals sauber! Ist er dreckiger als Dreck? Er ist auch dreckiger als sauberer Dreck! Ich brauch den letzten Bonus! Los! Wo ist der letzte Bonus? Dreck ist dreckiger als sauberer Dreck! Diese Logik! Macht ein neues Titanos Deko, bitte! Oh nein! Das ist aber genial! Und dann macht er das First Try! Drei Mal hintereinander First Try! Ah ne! Für den zweiten Mal war es kein First Try! Excusi more! Excusi more! Ich muss schneller sein! Los! Oh DICK! Da vorne kommt Kevin schon wieder entgegen! Wie schnell geht's grad Fahrer, Alter! So und jetzt? Hat's irgendwer von euch geschafft? Ja wir haben's schon! Easy! Eins, zwei, drei! Jedes Mal der scheiß Baum, Alter! Nicht mit mir, Mister! Hat's nicht getroffen? Mir ist voll schade! Hehehehe! Hey, wie kommt denn dann den Baum rum immer? Rechts? Einfach runterfahren! Ach komplett runter, oder wie? Aber beim Baum kann man ja nicht runter! So, geben sie Vollgas! Alter, mein Vorsprung ist wieder Genius! Bisschen an der Wand erstmal fahren, dann kannst du hier runter! Alter, komm schon! Alter, man kann ja ohne jeden Speed kommt man ja da rauf! Alter! Ist ja so easy eigentlich! Also das Ding ist echt easy! Nur die Auffahrt ist super schade! Komm schon! Ich komme! Alter, hab richtig Angst! Wir haben sie nicht nervös, bitte! Aber ich bin ja an meinem Hoden! Er ist an meinem Hoden! Alter, dass ich nicht nervös werden! Der soll jetzt nicht nervös werden? Komm! Nein! 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 Ich bin ja auch nicht gegangen! Du hast meine Reifen... Ey, du hast mir echt Reifen zerballert! Nein! Nein! Ich musste respawnen! Was? Nein! Jetzt kann ich den Aufbauern, man! Man! Jetzt habe ich hier die Chance, ne? Ich hätte die Chance gehabt, und dann verkacke ich. Ganz im Ernst! Oh, leid! Mach mal! Hammer! 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 Nein! Marvin hat es! Ja, come on! Nein! Dinko ist zweimal verkackt! Dinko muss respawnen! So kommt man nicht mehr rein! Ja, Mann! Also! Was, Dinko staubt? Ich habe das hier verkackt! Ey, das ist so nett! Ist nicht wahr! Dinko ist aufgetan! So nett mit Muchacho! Wuuuuh! Nein! Ich lande auch noch richtig Käse! Nein! 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 So einen Vorsprung, ne? Ach und jetzt seid ihr alle schon im Ziel! Genau! Genau! Da sind sie alle im Ziel! Ai, 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 Leute! Das ist unglaublich! Genau, Dena! Genauso bin ich gerade raufgefahren! Da seid ihr raufgefahren! Krass! Ich wusste nicht, dass man da drauf fahren kann! Aber hier kann man... Ah, okay! Man kann echt drauf! Und du kriegst hier... Guck! Egal wie lang ich bin, man kriegt wieder den Speed! Man kriegt wieder den Speed! Ich finde Spirale ist echt geil, so wie die gebaut ist! Sieht mega geil aus! Aber bringt ja alles nix! Und um eine Sekunde verliere ich das Ziel da vorne! Ähm, aber... Aber diese Aufwand ist scheiße! Finde ich auch nicht geil, so! Das ist ja nicht die Herausforderung! Man rutscht halt runter und fährt von der Seite rauf! Das stimmt! Leute, aber ne kleine, denke ich, hängen wir noch hinten dran! Ja, lass doch eine ranhängen! Das heißt, wir haben noch die Chance! Ist wieder gut zu machen! Fast Level 100! Es geht voran! Leute, und wir sehen uns in einer Sekunde wieder! Bis gleich! Buh, Leute! Da sind wir wieder am Start! Mit der dritten Map! Super fast! Rainbow Road! Mit den P20! Jawoll, alle guten Dinge sind drei! Der Klassiker! Hahaha! Es geht gerade! 200 Flocken auf Daddy! Und natürlich wieder ordentlich Waffenexion! Halt mein Bier! Ich mach das kurz! Sind hier Raketen drauf oder Waffen? Hier sind keine Raketas! Ich würde sagen, keine Haftbomben! Keine Haftbomben! Okay! Wir machen jetzt nur Maschinen! An alle Deko, Dena, keine Haftbomben! Jajajajaja! Hahaha! Yo, Dena! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das ist aber voll die nice Strecke! BAM! Nein! BAM! BAM! Lass mich, Kev! Lass mich! Wo muss ich denn hin? Au, 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 yeah, ja! Der will dass ich meinen Reifen abschießen! Jaja, aber ich fahr einfach. Davon lasste ich mich jetzt nicht unterkriegen! Du wirst einfach ein Nice! Geuuuul! Oh nein! Kev, du w colder eine Kev! Wow! Wer ist etwas der Dude fehlt damit? Ja, hier unten geflogen! Ich dachte, ich haus Sina draußen! Verdient, Kev verdient! Weiter, ist mein Reifen kaputt! Scheiße, Alter! Mann, ich war so nase am Arsch. Dünnste Stelle einzeln, Miesmann. Machen sie es gut, Senior. Ich muss gar nicht schießen, ich hol dir einfach so ein. Ja, genau, aber Cap schießt natürlich. Hä, die sind doch noch hinter dir, die Jungs. Aber Cap schießt... Alter. Ich hab Marvin nicht erwischt. Hat der den Punkt nicht... Alter, das ist echt komisch, ich kann gar nicht mehr hören. Alter, ich kann Marvin echt nicht hören. Mann, Alter, das ist doch scheiße mit Abschießen, ey. Wenn man so links abbiegt einfach. Nur Deko wird grad verschont. Dann kommt er nach vorne. Alter, ich bin letzter, du Lappen. Hä? Ich dachte, du wärst so weit vorne. Ich bin doch viermal runtergefallen. Das ist so mies, ne? Alter, ohne Reifen, wie soll man da fahren? Die letzten beiden sind fair. Ey, das ist doch lieber total. Gott! Ich dachte, den letzten beiden... Warte, 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 warte! Weg von diesen scheiß Reifenserschießern! Ne, Dena setzt sich ab. Ey, wir müssen doch Dena konzentrieren, Jungs. Jungs, Jungs, ich muss doch Dena konzentrieren. Wir müssen doch Dena konzentrieren. Ich, 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 ich finde einfach... Ich treffe einfach nichts mehr. Ja, du treffst irgendwie aber ich soll weg. Und Dena ist so weit vorne, der ist ne halbe Runde vor uns. Jungs! Nice, Alter. Ich muss mal langsam ranklotzen. Ich versuche jetzt erstmal Dena aufzuholen. Ja, aber versuch's mal mit Fahnen aufzuholen. Ich seh dich ja da unten. Aber du kannst ja nur schießen. Ey, der ist so weit, ne? Das ist ja unglaublich. Der ist ohne Witz ne halbe Runde, der ist da hinten schon am Ziel. Krass. Ey. Mann, ich bräuchte mehr Runde, um ihn ne richtig geile Zeit rauszufahren. Alter, ich krieg ihn einfach nicht zu packen, ne? Please, Alter. Ich hab noch versucht, Kev zu kriegen, aber ich bin jetzt auch schon wieder nicht mehr. So? Aber ich versuch, ich bin grad so hart dran an Dena. Und hier würdest du mich kriegen. Ich bin jetzt am Tryout. Ich hab keine Bock auf Reifen zerschießen, ey. So. Jetzt haben wir ihn. Er hat mich nicht. Was? Ich hatte dich. Du hattest mich nicht. Alter, komm, 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 komm. Tempo beibehalten. Boah, den hat er so hart vor. Ey, das ist unglaublich. Irgendein Reifen ist für mich geplatzt, also er lenkt nicht mehr ganz korrekt, aber... Hä? Und... Einen sucking Ziel! Mit einer 55 Sekunden Zeit. Nein, 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 nein. Nicy, nicy. Ich hoffe, das reicht auch mal. Beste Runde da, hier. Und... Daddy! In die Geschichte eingetragen zu werden, Leute, ja? Das ist der Sieg. Und die schnellste Runde. Servus. Das sind die anderen... Oh, Marvin hatte tatsächlich ein Dreifen bei Misa schossen sich gerade. Den linken Hintern, der war platt. Was? Alter, du... Aber dass du damit ins Ziel reinkommst, was für ein Glück ist, das Ding quasi den Punkt zumindest... Und raus! Babam! Oh, aber ich schaff's vielleicht trotzdem nicht mehr. Jetzt musst du schnell fahren. Jetzt musst du schnell fahren. Was? Denner? Hä? Du warst noch nicht im Ziel? Doch, doch, ich mein... Äh, ich war im Ziel. Ich meine, Mabossa muss schnell fahren, um ins Ziel zu kommen. Aber ich glaube, er schafft es eben hier, oder? Ne, dann muss er noch da ganz hoch. Ne, er schaffte locker nicht. Easy! Kannste vergessen. Also, Deko kannste vergessen. Okay! Das kann nicht wahr sein! Ey, komm, komm! Hä? Ist er noch nicht im Ziel? Haben Sie bei mir die Kopfhörer gelockert? Ey! Und... Tja! Er kommt nicht weiter. Oh, Leute, das war eine crazy Folge. Tut es gerade für diesen Hörsturz, da haben sich gerade die Kopfhörer gelockert. Werde euch das Ganze gefallen hat, Däumenlein nach oben, checkt auch alle Kanäle unten in der Beschreibung aus. Und wir sehen uns in drei Tagen wieder mit denen. Morgen GTA mit den Jungs. Also bleibt geil, macht's gut, bis dann. Ciao, ciao! 10.000! Und gewettet auf mich! Und wer hat gewonnen? Däner! Oh... Wie viel hast du gekriegt? Wettgewinne plus 4.000. Ja, ihr habt nicht so viel gewettet, glaube ich mal, ne? Was? Wo hast du die 4.000 draus gekriegt? Es wurden doch nur 300 gesetzt. Die Bank verliert. Aber schau mal meine beste Runde an. 55 Sekunden. Niemand von euch unter einer Minute überhaupt. Nice auf jeden Fall. Daumen nach oben dafür. Wir sind in drei Tagen wieder zur nächsten Folge von GTA Online. Checkt auch die anderen aus. Links zu allen in der Beschreibung. Wenn's euch gefallen hat, drückt die Daumen nach oben. Mach's gut. Ciao!